Ich bin Köchin von Beruf, bin jetzt bereits 20 Jahre in Bogenhofen. Die Leitung habe ich 2007 übernommen. Ich habe es von klein auf schon geliebt zu kochen, aber die bewusste Entscheidung, Köchin zu werden, entstand mit zwölf Jahren. Ich liebe es mit Lebensmitteln, die uns zur Verfügung stehen, in ihrer Farbenvielfalt, in den vielen Geschmacksvarianten etwas Kreatives und Gesundes zuzubereiten. Unser Arbeitstag beginnt schon sehr früh. Um 5 Uhr beginnen wir bereits unsere Arbeit. Wir beginnen mit einem kurzen Gebet. Um 6.30 Uhr muss das Frühstück auf dem Tisch sein. Während der Zeit bis 14 Uhr bereiten wir das Frühstück, Mittagessen und ebenfalls das Abendessen vor. Zwischendurch wird Granula gebacken, Brot gebacken, Aufstriche vorbereitet und viele andere Dinge, die währenddessen gemacht werden müssen. Also drei Mahlzeiten innerhalb des Vormittages. In der Küche arbeiten fünf Köchinnen. Alle haben eine Teilzeitstelle. Dazu gibt es auch zwei Volunteers. An einem Tag arbeiten jeweils zwei Köchinnen und zwei Volunteers zusammen. Die meisten Volunteere kommen aus fremden Ländern. Manche von ihnen haben bereits mehr Erfahrung in der Küche, manche weniger. Wir unterstützen sie und fördern sie, damit sie nicht nur lernen, wie man Salate wäscht und zubereitet, aber auch andere Dinge wie Aufstriche, Suppen, Desserts oder ähnliches. Die Nahrungsmittel, die wir bekommen, kommen aus verschiedenen Quellen. Zum einen haben wir unseren eigenen Burgigarten, von dem wir viel Gemüse und Obst bekommen. Zu erwähnen sind besonders im Sommer die Tomaten, die Gurken, Auberginen, Paprika. Jetzt aber auch im Winter profitieren wir von den vielen Kartoffeln, von der Roten Beete, von Sellerie. Die sind in unserem Erdkeller gelagert. Wir haben sonst andere Lieferanten, die uns mit Grundnahrungsmitteln versorgen. Eier, Milchprodukte und anderes Gemüse versuchen wir aus der Region zu kaufen. Interessant ist auch, dass die Eier, die wir bekommen, kommen aus dem Nachbardorf. Eine Bäuerin bringt uns die schon 30 Jahre und sonst zweimal in der Woche geht jemand einkaufen, weil es ist doch in manchen Läden oder gewöhnlichen Läden sind die Lebensmittel doch günstiger als bei den Lieferanten. Wir lagern sie im Kühlhaus oder im Tiefkühlhaus oder wir haben ein großes Lager, wo die Lebensmittel gelagert werden. Also die Mensa ist tatsächlich ein Treffpunkt für Schüler und Studenten. Es kommen auch Lehrer, Angestellte zum Essen. Dreimal am Tag kommen sie und treffen sich hier. Manche Schulkollegen setzen sich zusammen, aber auch die Schüler untereinander vermischen sich. Wir als Küchenteam versuchen ihnen eine heimische Atmosphäre zu bieten. Sprechen sie an oder fragen ihnen, wie es ihnen geht. Es ist ein Vorrecht, an einer christlichen Schule zu arbeiten und den gleichen Glauben mit den Kollegen zu teilen. Und besonders schätzen wir das freundliche und familiäre Klima unter den Schülern, unter den Studenten und Mitarbeitern. Musik 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 Musik